Mein Name ist Stefan Dürig, ich bin Geschäftsleiter der Post Immobilien Management & Service AG. Und ich begrüsse euch recht herzlich zum heutigen Abend. Digitalisierung in der Immobilienwelt oder Digital Real Estate ist in allermund. Post Immobilien hat eine digitale Innovation entwickelt. Wir haben nämlich ein System entwickelt, das die ergebnisorientierte FM-Dienstleistung revolutioniert. Basierend auf einem Low Power Network können wir mit einem Smart Button oder einem Button Board ohne eine IT-Integration oder eine WLAN-Einbindung mit dem Herzstück der Software Service on Demand kommunizieren. In dieser Software können wir programmieren, was passieren soll, welche Aktion ausgelöst werden soll, wenn so ein Smart Button gedrückt wird oder ein Knopf vom Button Board. Soll ein E-Mail abgesetzt werden oder soll ein SMS abgesetzt werden. Es erlaubt uns auch zu programmieren, dass eine Aktion erst ausgelöst wird, wenn zum Beispiel fünfmal in der Stunde der Button gedrückt wird. Oder den Button Board können wir auch brauchen für einen Happy-or-Not-Nachweis, wie zufrieden man mit einer Leistung vom FM-Service ist. Das Ganze ist alles mit Zeitstempeln versehen, damit man sieht, tut der Dienstleister das SLA einhalten oder nicht. Die Nomination hat uns unheimlich gefreut und ich danke der Jury recht herzlich dafür. Euch allen wünsche ich einen wunderschönen Abend, viel interessante Gespräche und ich bin gespannt, wer Seiger wird in dieser Kategorie. Danke vielmals.